Und damit herzlich Willkommen auf meinem burschigen Kanal. Heute spielen wir ein kleines Spielchen, wie immer. Can you escape fate? Zodiac Story Playgame Nur Can you escape fate? Total Mobile Pride Free Pride Story Mode Special Mode Arcade Story Mode Story Mode Looks like you don't have any save data. Go on, create a new name. A game. New game. What's your name? Uh Uh Worskiger Go Choose a text speed Flower For me Two big quality High 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 Hey, I'm Hasi, the monkey. Congratulations on finishing the year of the monkey. Uh-huh. I always like a limbo space. Good. What? I had an amazing year with you. Uh, so at all, they told me today that I will see things in those days' lives, so I hope... Oh, Leute, so viel anglisch, I don't understand it. Hope you had a good year, pal. I see that it's going to be out of here. Welcome. Well, I have a good time. I have no other words. Uh... Yeah? Just go right ahead. The door is unlocked for you. Ah, I can also in the door. Then let's go. Hello? Oh, so. I should be moving. But how? Enter the door. What's wrong? Go on. You look like you have just seen a ghost or something. Ja, ich gehe doch. I can't. I can't. Ich kann doch nicht laufen. Okay. Ich tryk da einer. Hallo? Ich kann das wirklich gut. Oder, dass der wohl vorhin der? Äh, er was? Da kommt er weiter. You're not growing. Nee, ich kann das. Ich kann das. Wenn du sagst, wirst du zurückgekehrt? Was? Hey, hey! Oh! Hi, hi! Du hast ihn verrückt gemacht, was? Ich verstehe nicht. 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 Viel zu viel Input, Leute. Viel zu viel. Ich könnte es gerne lesen. Aber ich weiß nicht. Ich habe hier ein Herz. Was ist der Grund? Wo ist die Grund? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Okay. Hey, let's make a deal yo, if your tail is finished. I need to go back to 2006 then, on one condition. I need to go back to 2006 then, on one condition. You will be scared. Don't worry, I'll be over in an instant. I need to go back to 2006. Wir werden jetzt in den Ede zurückgaben, wenn ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, ich bin zu wert, wenn er wieder spielen glaub ich. So, go on back to the past. Episode 1, 82? Ich war jetzt in der Erschaltung, ich glaube keine Ahnung, Leute. Welcome back to 2016, danke. Don't be shocked by the black and white, nein, bin ich irritiert. So, don't mess up and try to win the lottery. Was, ich soll in der Lotterie gewinnen? Ich spiel gar kein Lotter. Don't. I'll leave you now, you are on your own. Ich bin jetzt auf mich selber gestellt. Also, wir sind gewarnt und in dieser Welt gibt es keine Gesetze wie in der normalen Welt. Also, es ist alles anders. Also, wenn ich sterbe, dann ist es... Move around using the arrow keys. Oh, ja wunderbar. Ich kann mal laut. Ja. 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 Ich lauf jetzt mal, oder? Ich hab' neis Pile, aus, of dirt. A nice Pile of dirt. Ich hab' den ich in der Erre, plass machen. Wo muss ich mit dem jetzt laufen? Hi! Bist du neu hier? Hatte ich Husi noch hergebracht? Ich bin... Ich bin sehr... schön. Ich bin genauso verloren wie du. Ich kann mir helfen, als ich ihm helfen. Aha. Ich suche egenen Buch. Was soll ich das für einen? Ich würde es nicht... äh... Familiar. Ich kann nicht weiter. Vielleicht gibt es ein paar Sachen hier. Vielleicht gibt es ein paar Sachen. Das kann ich wieder machen. Ich kann nicht mehr nehmen. Ich kann nicht mehr nehmen. Rechts geht es weiter. Hier kann ich nicht mehr nehmen. Oh, eine Schaufel. Was brauche ich? Eine Schaufel. Ah! Den Dreck vielleicht aufheben. Hoho! Jetzt habe ich Dreck. What's this box on? Was muss ich jetzt mit der Box tun? Im Gorillacab? Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Ah! Thanks so much. Bitte. Habe ich gern getan. Er zeigt mir, wie die Welt hier funktioniert. Es ist ein gefährlicher Ort. Learn how the world works. There are things called laugh frequency. That's exactly what I got done. The shop where the store is on. Ah. Makes them. Ah, es ist... Viel zu viel input for mich. I see the store is made up to life. And now... Leute, Leute. I... What? Yeah, I... Uh huh. Ah, genau! Genau! I'm ready! And don't worry, I'm not lying. Ich glaube dir. Ja. Das move to the Afro-Mais collective. Ok. Siehst du, ich liebe dich nicht. Ja, ich werde wieder hängen, oder? Dings, da habe ich collective. Jo. Oh, das ist viel. Ja, ja. Ja, ja. Ha, 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 ha. Danke für das Gespräch. Die Arbeit ist ein bisschen Arbeitswerkzeuge, meine Sachen. Nein, brauche ich meine Sachen. Ich verstehe jetzt nicht, wenn du spielst. Gut. Gut geht ja. Äh, jetzt kommt der auch schon wieder. Ich verstehe das Spiel nicht, Leute. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich verstehe es nicht. Sorry, du hätte hätte zum ... ... ... ... ... ... ... Ich hab gelostet? Und was? Was ist das? Maybe try again in another life. Bad End, you can revive mobile only. I mean, it's so funny if you're... Ja, Leute. Das war's. The Sceptified. Ich hab ein schlechtes Ende. Wie war wunderbar. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein kleines bisschen Spaß mit meinem... ...planlosen schlechten Ende. Ich darf einfach keine Spiele spielen, wo man so viel englischen Text hat. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet trotzdem auch ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage... ...schön mit Ö und Fingerdeckouts. Bis zum nächsten Mal auf meinem ruhigen Kanal. Euer Rentner. Ciao. Sorry. Hi Leute. Hier bin ich nochmal. Habt ihr gedacht, ich wär schon weg? Ich sehe hier grad, ich hab Episode Null kompliziert. Jetzt kommt ja Episode 2 in the Force. Ah nein, das war das. Bin ja in the Force. Vielleicht werde ich's nochmal spielen. Ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, wirklich, das nächste Mal. Ciao. Ich bin jetzt weg. Nee. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.